Welche Leistungen können Sie von der gesetzlichen Rente überhaupt beanspruchen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das gesetzliche Rentenrecht kennt im Wesentlichen zwei Hauptleistungsarten. Das ist einmal die Leistung zur Teilhabe und die Rentenleistung. Die Leistungen zur Teilhabe stehen vor den Rentenleistungen in der Gesetzessystematik. Die Leistungen zur Teilhabe sind zum einen die Prävention, die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, die Kinderreha, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, die Nachsorge, da ist zum Beispiel auch die Krebsnachsorge mit drin, das Übergangsgeld, ergänzende und sonstige Leistungen. Das ist alles vor den Rentenleistungen gesetzlich geregelt. Die gesetzlichen Rentenleistungen sind die Altersrenten, die Erwerbsminderungsrenten und die Renten wegen Todes, also zum Beispiel eine Witwen- oder eine Waisenrente. Anspruch auf diese Leistungen aus der gesetzlichen Rente hat der Versicherte, der die persönlichen Anspruchsvoraussetzungen für die jeweilige Leistungsart auch tatsächlich erfüllt. Und ganz wichtig auch noch zu merken, diese Leistungen werden nur auf Antrag geleistet. Das heißt also, die deutsche Rentenversicherung entscheidet grundsätzlich nur auf Antrag. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Das heißt also, die deutsche Rentenberater Peter Knöppel.